Wir müssen das Wasser hier irgendwie auffangen, wenn ich das richtig sehe. Einen Becher machen oder sowas. Was mache ich denn mit dieser Eichel? Kann ich da irgendwas... Ich weiß nicht. Er weiß nicht. Unwahrscheinlich. Auch unwahrscheinlich. Na gut. Dann gehen wir erstmal wieder raus und gucken mal, ob wir uns irgendwas... Irgendwie... Ähm... Basteln können, dass wir da das Wasser auffangen können. Keine Fee. Ja, das wissen wir. Arme Schnecke. Okay. Wenigstens hat sie dem Igel geschmeckt. Ich würde den Igel... Aus mit dir. Genau. Gern wieder rauslassen. Macht ja keinen Sinn, den da im Käfig verhorn zu lassen. So, Schneck... Ach, Schneckenhaus. Guck an. Wie ein elfisches Füllhorn aus den alten Geschichten. Okay, das könnte funktionieren. Schauen wir mal. Dann drehe ich nochmal am Mausrad. Der Wahnsinn. Finde ich total faszinierend. Gut. Aber womit verschließe ich das Haus jetzt? Schau, okay. Ähm, alles klar. Interessant. Die Eichel verschließt das Schneckenhaus wie ein Pfropfen. Ich sollte sie trotzdem noch irgendwie befestigen. Ich nehme mal an mit den Lederbändern. Eine Kette, okay. Ein Füllhorn-Medaillon. Hm. Das muss schon klappen. Schau, was ich dir gebastelt habe. Du hast Joka die Schnecke an ein Lederband gebunden? Nein, schau. Das Schneckenhaus ist mit dem Quellwasser vom Feentor gefüllt. Jetzt kannst du mich begleiten. Wirklich? Versuch es. Bestens. Dann los. Du musst mir alles zeigen. Wohin gehen wir als erstes? Wir müssen nach Andergast. Ist das deine Heimat? Das kann man so sagen. Wo lang? Hier lang. Warte. Warte. Schau, Geron. Ein prächtiger Vogel. Die Plage wird immer schlimmer. Komm. Dort ist das Stadttor. Ich will ihm nur guten Tag sagen. Diesem zerzausten schwarzen Hexentier? Sagt der hässliche, bleiche Schweinefresser. Guten Tag, Rabe. Ich rate euch, meidet die Stadt. Was sagt er da? Zwei finstere Gestalten sind durch die Tore geschlichen. Sie suchen deine Feen, Freundin. Wer sagt, dass sie eine Fee ist? Ich bin eine Fee. Sie lügt. Wieso kannst du überhaupt sprechen? Und woher weißt du das alles? Ich beging einst einen großen Fehler. Daraufhin straften mich die Götter mit dem Geist eines Menschen. Vögel begehen keine Fehler. Vögel machen einfach, was sie eben so machen. Du meinst, wie die Krähen in dieser Stadt? Warum erzählst du uns nicht etwas Lustiges? Bleib weg von ihm, Nuri. Etwas stimmt hier nicht. Aber alle Tiere können sprechen, Geron. Unwichtig. Komm. Bei mir und Gwindling bist du sicher. Wieso ist die Tür offen? Hier wohnst du? Etwas stimmt hier nicht. Wie das hier aussieht. Ist das Blut? Bei den Göttern. Jemand ist hier. Die Fee. Ich muss sie verstecken. Okay. Das entwickelt sich gerade relativ flott. Also die Fee muss versteckt werden. Nuri, schau mal. Hier ist es spannend. Ist das eine Höhle? Ja, warte so lange drin, bis du ein helles Licht siehst. Wer ist denn hier? Hallo. Ich bin Nuri Darinella Wanda. Aber Geron nennt mich Nuri. Ich muss endlich wissen, was hier passiert. Ich habe die Fee erstmal in den Schrank gestellt. Was ist denn das? Okay. Ähm. Ja, also. Oh Mann. Schon wieder lose. Aber darum muss ich mich später kümmern. Oh. Dann schauen wir mal. Was ist hier geschehen? Deine Augen. Wer hat dir das angetan? Der Seher. Er ist zurück. Beweg dich nicht. Ich bin bei dir. Er hat seine Kreaturen nach mir gesandt. Die Fee. Du musst sie. Sie haben. Gwynhling? Gwynhling. Bleib hier. Was waren das für Kreaturen? Geschöpfe der Nacht. Fremde einer fremden Welt. Wie sahen sie aus? Sie hatten bleiche Gesichter und spitze Krallen. Was wollten die Angreifer von dir? Der alte Feenforscher. Er ist der Nächste. Was wollen sie von der Fee? Er braucht sie. Aber er darf sie nicht bekommen. Was hast du ihnen erzählt? Blut. Habe ich ihnen entgegengespuckt. Welcher Feenforscher? Bitte. Stirb nicht. Nicht jetzt. Er hat uns begleitet. Damals. Vor 13 Jahren. Er hat das Tor versiegelt. Das Tor zur Feenwelt. Wo ist er jetzt? Alles umsonst. Wo ist der Feenforscher? In den Blutzinnen am Roten See. Er ist im Orkland? Es ist alles. Alles zu spät. Was geschieht jetzt mit der Fee? Es gibt nur einen Weg. Welchen? Du musst sie töten. Nur so kann der Seer aufgehalten werden. Was? Nein, ich bin kein Mörder. Dann wird Andergast untergehen. Ich kann die Fee nicht töten. Du musst es tun. Es muss doch einen anderen Weg geben. Sei kein Narr. Seine Macht liegt jenseits deiner Vorstellungskraft. Gwinling. Da. Ich kann sie hören. Die Schwarzen schwingen. Nein, 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 nein. Was mache ich jetzt nur? Was mache ich nur? Ich kann die Fee nicht töten. Ich kann noch nicht einmal darüber nachdenken. Es muss einen anderen Weg geben. Der Feenforscher. Der Rote See in den Blutzinnen. Der König kann seine Ritter dorthin schicken. Sie werden wissen, wie man den Seer besiegt. Ich muss nur zur Burg und sie warnen und alles wird wieder gut. Da. Da ist die Hexe. Schaut ihr nicht in die Augen. Hexe. Auf den Scheiterhaufen mit ihr. Oh nein. Nuri. Ach du Scheiße. Ach. Kacke. Das. Oh Mann. Das hat sich jetzt aber flott entwickelt. Ähm. Okay. Oh Gott. Nuri. Geron. Deine Menschen sind alle wütend auf mich. Ich habe Angst, dass sie mir etwas tun. Was hast du angestellt? Du solltest doch im Zimmer bleiben. Mir war langweilig. Da bin ich rausgelaufen. Ich wollte deine Stadt sehen. Auf dem großen Platz waren alle Tiere eingesperrt. Sie taten mir so leid. Also hast du die Käfige geöffnet. Ja. Aber dann bin ich gestolpert. Und es hat furchtbar gescheppert. All die Schüsseln und... Warum bist du nicht im Schrank geblieben? Ich wollte doch nichts Böses. Frag den Raben. Er hat alles gesehen. Wie bist du da überhaupt hinaufgekommen? Ich weiß nicht mehr. Ich hatte Angst vor deinen Menschen. Und plötzlich war ich hier oben. Aber jetzt komme ich nicht mehr runter. Das sind nicht meine Menschen. Oh Mann. Wie ein kleines Kind. Tja. Das demnächst verbrannt werden soll. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, denen steht der Sinn nicht nach Verhandlungen. Nee. Sieht nicht so aus. Ich fürchte, jetzt kommt dieser Pflock hier ins Spiel oder so. Oh Mann. Was mache ich denn jetzt? Das geht ja mal rasant ab hier. Das ist echt traurig. Zerbrochenes Messer. Der Seher will uns alle mit einer Zauberharfe vernichten und dafür braucht er meine Fee? Das alles ist doch Wahnsinn. Das sehe ich aber ganz genauso. Das ist ziemlich abgedrehter Scheiß. Ähm. Okay, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Was ich hier machen kann. Das Kabuff. Trotzdem, das hat sie hinter sich zugemacht. Das ist aber lieb. Ach Gott. Ja, das Katapult. Es schießt nicht mehr. Das Spanngarn ist durchgefault. Es schießt nicht mehr. Gut. Das Spanngarn, das kann ich jetzt nichts dran machen, glaube ich. Was mache ich denn mit dem Messer? Wozu habe ich einen Hammer? Moment, okay. Das heißt, dass jetzt... Jetzt bist du bereit hier? Okay. Verdammt! Verdammt! Okay. Ich nehme die Tür. Äh, warum auch immer. Wird schon einen Grund haben. Ach, mit der Tür kann ich ihr vielleicht... Moment. Kann ich ihr vielleicht rüber helfen? Gucken wir mal, was ich hier mit der Tür anstellen kann. Nee. Ich muss hier eine Brücke zu unserem Haus bauen. Ja, genau. Genau, deswegen hatte ich die Tür in Verdacht. Aber irgendwie scheint das nicht zu reichen. Vielleicht mit den Fässern zusammen? Ich brauche etwas, um ihn loszuschlagen. Na, ich habe doch einen Hammer. Ach so, Moment. Er ist wieder rein. Runter. Raus. Deine Fee ist in Gefahr, Nacht Haar. Du schon wieder? Ein Mob hat sich versammelt. Sie soll brennen, wie eine Hexe. Hilf ihr, bevor es zu spät ist. Was hat die Fee angestellt? Sie ist abgehauen und hat die Tiere befragt. Alles ist in Aufruhr geraten. Um ein Haar hätten sie deine Freundin erwischt. Aber sie hat sich auf die Mauer gerettet. Warum wollen sie Nuri verbrennen wie eine Hexe? Das kam, als sie in den Stall mit den Tonschüsseln fiel. Sie hat einen fürchterlichen Radau gemacht. Und als alle zu ihr her sahen, zauberte sie das ganze Chaos wieder ganz. Sie kann Dinge wieder heil zaubern? Ja, ganz wie eine Hexe. Und ein Schalterhaufen ist hier schnell gebaut. Ich muss sie retten. Wieso hilfst du nicht? Ich bin ein Rabe. Was kann ich schon tun? Klug daher schwatzen und dunkle Drohungen ausrufen. Ihr Biest, da bringt doch nur Unglück. Sehr hilfreich. Und jetzt hol sie von der Mauer, bevor es zu spät ist. Ich denke mir was aus. Du halte still. Mach schon. Tja, sehr hilfreich. Danke sehr, Rabe. Also hier sieht man, wie sie die Schweine weggelaufen sind. Hm, 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 hm. Okay, ich muss irgendwie den Flock da entfernen. Zu fest verkeilt. Okay, aber wir haben immer noch den Hammer. So viel zum Flock. Ich bringe einfach die Fässer zum Rollen. Mit etwas Glück schneiden sie der Meute den Weg ab. Dann mach mal. Mit bloßer Kraft bringe ich die Fässer nicht zum Rollen. Schnell gar nicht, solange sie befestigt sind. Ja gut, aber den Flock habe ich ja nun weggemacht. Was kann ich denn jetzt noch? Vielleicht hier das Seil? Mit bloßen Händen werde ich es niemals lösen. Okay, aber vielleicht mit dem Messer. Wenn ich wenigstens ein heiles Messer hätte. Kannst du das Messer mit deinem Zauber wieder ganz machen? Sicher. Muss ich dir das irgendwie zuwerfen? Nicht nötig. Es ist tatsächlich wieder ganz. Danke. Wirst du mich jetzt retten? Ich bin dabei. Okay, ich bin ein bisschen erstaunt. Weil das ist eigentlich nicht wie Magie in DSA funktioniert. Zumindest nicht so lange ich mich daran erinnern kann. Andererseits Feen sind auch nicht so der DSA-Standard. Aber bitte, das ist eine freie Interpretation, schätze ich mal. Okay, das schneidet die Meute von diesem Weg hier ab. Aber jetzt muss ich sie noch irgendwie hier rüber kriegen, wenn ich das richtig sehe. Wie zum Namenlosen ist sie da hinaufgekommen. Auf der brüchigen Mauer kann die Fee unmöglich bis zum Lagerhaus klettern. Okay, dann versuchen wir es nochmal mit der Tür. Auch nicht. Das muss ich von Gwindings Fenster aus machen. Ach so. Okay, dann probieren wir das nochmal. Okay. Okay.